Motto des Tages, no stress. Es geht los. Und das Highlight des Morgens ist Hummus in drei verschiedenen Sorten. Hier ist dann die Pimp-Your-Müsli-Anleitung. Hier die auch ein paar Toppings dazu. Und dann geht es hier weiter mit Nüssen, Mandeln, Osinen, Zeigen, auch hier nochmal Nüsse und so. Also ganz viel zum Auffimpen. Und auch zur Müsli-Ecke gehört natürlich noch der Joghurt mit dem frischen Obst. Hier ist nochmal Bücher Müsli fertig gemacht. Deswegen müsste es im Laktoseprall sein, wir haben Erdbeer geholt. Und dann gibt es da vorne natürlich noch frisches Obst, denn das wirst du so essen oder auch fürs Müsli. Und Maria geht jetzt erstmal zum Strand ein bisschen Sonne genießen. Im Programm steht hin, dass es heute Abend eine kapverdische Show gibt. Und passend dazu gibt es, glaube ich, heute auch schon von dem Entertainment-Team Getränke. Oder so. Für mich heißt es jetzt Clubrundgang. Mal schauen, was sie hier für geheime versteckte Ecken haben. Für euch einmal ganz kurz, was heißt der Pool dann nur mit erneuerbar rein? Jetzt nehmen wir die Abflug. Clubrundgang war sehr, sehr kurz. Jetzt gehen wir mal ein bisschen gucken, wie es außerhalb des Hotels aussieht. Hier neben dem Anbau sind riesen Fünf-Sterne-Hotel. Da hinten bei den Masten ist der Club und da vorne ist eine riesen Ruine. Wenn ihr wisst, was das für eine Ruine ist, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ja, das fragen wir uns schon die ganze Zeit. Ein riesen Rio-Komplex, dann eine riesen Düne und dann kommt der nächste Rio-Komplex. Bei Rio liegt man unter den Palmenbäumen. Auch hier alles verbarrikadiert. Da sind wir wieder. Und zum Cortado danach verdient. Auf zum Mittagessen. Auf zum Mittagessen. Und jetzt geht es nochmal zum Sundowner runter. Vielen Dank. Und zu Ende der Suddenlauna mit dem Sonnenuntergang. Und zu Ende der Suddenlauna mit dem Sonnenuntergang. Die Kapverdenflagge ist an der Wand, flattert da vor sich hin. Es ist kapverdischer Abend und gleich kommen hier ein paar Locals und machen Capoeira. Und zu Ende der Suddenlauna mit dem Sonnenuntergang. Und zu Ende der Suddenlauna mit dem Sonnenuntergang. Und zu Ende der Suddenlauna mit dem Sonnenuntergang. Und zu Ende der Suddenlauna mit dem Sonnenuntergang.